Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Rocket League und den Skyhawks. Skyhawks kämpfen nur um drinnen bleiben in der Liga. Unglaublich. Skyhawks gegen WoWers. 15. Woche. Los geht's. Backwith Park. Mitternacht. Skyhawks gegen WoWers. Musik Ah, vorhin darf ich mich nicht, der Ulga, kann ich mich nicht mehr einschauen, bei dieser Lage, des Vereins, des Clubs. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 2-0. Nein, daneben. Alter, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sollte-Ball-Bones und Schillen Ich kriege mir das heute dann mal zu Null hin, das ist meine Frage jetzt. Ich kriege mir das. Ich kriege mir das. Ich kriege mir das. Ich kriege mir das. Wieder platt 6. Ich hoffe das setzt sich jetzt weiter sofort. gegen Rebels Manfield, 16. Toll Skyhawks gegen Rebels Falls ihr Wünsche habt, was für ein Auto ich spielen soll Tor von Tex, jawohl No Nii, Nii Nii Mist War nicht schnell genug, kein Wüster Die Spielen Wons Oberösser Wollt 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 Bist Wollt 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. No. 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 nicht angewöhnen werden seinem kreis wieder zufrieden vortex was willst du denn bitte da Und schon ist noch ein Picks. Komm, Wolf, Ben! Knapp drei Minuten. No! Sorry, it can be for Wolf, you know, okay. Wolf. Oh, Wolf, then shotted. Oh, Wolf. Oh, Wolf. Bam, he's gemacht. No, 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 no. Torlos hatten wir heute noch nicht. Ähm, wo, ich wollt grad sagen, wo wir, ja, dabei sind, macht den Eindruck. Also, Wolf, den oder Text, die hätten, äh, den ins eigene Tor gebruxiert. Nein! Nein! Noch eine Minute. In der lucky Punch oder Verlängerung. Dann gibt's wirklich golden gold. ... ... ... 30 Sekunden. 99 kommen wir in den letzten sechs sekunden text auch den wieder selbst rein legt den schönen vor für kasper ich glaube er ist nicht wie dumm kann man denn sein bitte wie dumm kann man im weg jetzt bitte sein das war's das war's es wird eine veränderung in der nächsten folge geben die werdet ihr nächste folge sehen bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns demnächst wieder